Was bisher geschah... Flugzeuge starten, Drogen landen. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nelz. Nelz, warte runter! Habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles dir und Stoddard. Er wollte sich ergeben! Lass mein Partner. Bevor die Spurensicherung kommt. Aber das ist... Ja, euer Ehren. Naja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nelz Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy... Mendel, Sir. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Das war ein Test. Na, wir mussten doch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Gut. Okay, also Nelz. Er hat etwas über einen Deal mit Starlet gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nelz Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist. Aber die Sache eilt. Geht klar. Geht klar. Scheiße. Das hier ist Eiver schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Starlet gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dorst. Wenn die Dienstaufsicht Wind davon kriegt, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dorst. Oder? Wenn Starlet auffliegt, sieht das nicht gut aus. Er hat Dreck am Stecken. Das weißt du genauso gut wie ich. Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn dran kriegen können. Gerne. Hey, ich sehe mich draußen rum. Vielleicht durchsuche ich den Müll. Ja, liebe Leute. Und damit herzlich willkommen zurück zur Let's Play Battlefield Hardline. Wir machen... Oh, weiter. Vermutlich. Korrupte Cops halten zusammen. Ja, nochmal. Also da... Wäre keine Überraschung. Stoddart ist ja kein Idiot. Also noch einmal. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Hardline. Ähnlich darf ich einmal noch Ihren. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind im Laufe des Helden Nick Mendoza unterwegs. Der gerade Beweise sucht, um Stoddart zu überführen. Scheint wohl alles ein bisschen korrupt zu sein. Hier haben wir schon mal Beweis, auf jeden Fall. Farbfässer. Ja. Ähm. Ähm. Ja, Stoddart gibt es super Hinweise, um die Dienstaufsicht auf ihn aufmerksam zu machen. Aber nichts Handfestes. Und ich suche seine Verbindung zum Drogenhandel. Okay. Und dasselbe Zeug, dass Nels Leute in die Everglades gekippt haben. Aha. Okay. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was gefunden. Ein Dokument. Einmal physisch. Nochmal physisch. Dokument. Physisch. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Gut. Gehen wir mal weiter. Überhaupt erst. Gucken wir uns mal hier. Das klappt ganz schön. Aber gut. Es kann auch sich der Wind sein. Ist ja ziemlich stürmisch draußen. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Der Fall zeigt zwar nach oben, aber das ist jetzt gerade einfach von uns. Wir gucken jetzt mal, wie weit wir alles mitnehmen können wir. Ah, hier ist was. Was haben wir hier? Eine Sporttische mit Gerd. Nels hat einem Kerl namens Elpert an der Westküste Geld geschickt. Okay. Sagt mir jetzt. Natürlich, ich weiß wer es ist. Aber so weit sind wir noch nicht in diesem. Okay, hier ist eine weitere physisch. Genau. Jetzt hat das sechs. Okay. Hotschildlieferkette. A haben wir fertig. B brauchen wir auf jeden Fall Minimum noch drei Sachen. Ich will ja gucken, dass wir jetzt so weit wie möglich alle Fallakten lösen. So, scheinbar. Warte mal. Ach, jetzt hat sogar die Richtverband. Okay. Okay, okay, okay. Mal da noch mal. Mal da noch mal. Mal da noch mal. Mal da noch mal vergessen oder übersehen haben. Also hier haben wir schon, glaube ich, geguckt. đâu… Gut. Dann schauen wir aber mal… … nach oben also feinde sollten ja hier keine mehr sein haben wir uns ja schon durchgezuholen durchgeballert es muss unten sein 5 weise gibt sie unten drin also muss noch was sein die richtung also muss ja dahinter noch irgendwas sein kann man da überhaupt hin kommen wir da ran vielleicht ist es doch was wir machen könnte dann habe ich das jetzt falsch gesehen wir können gleich glaube ich gar nicht ganz hoch oder doch können wir oder auch nicht oder ja dann halte ich alles klar war wohl so wert da müssen wir glaube ich gucken dass er vielleicht hier war das ok nach links ist dann noch eine andere möglichkeit hoch zu kommen oder müssen wir auch hier müssen wir lang ok 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 schauen wir mal was gemässlich hier oben dass hier noch etwas durchgeht es sind noch drei beweise die wir finden müssen oder die sagen wir mal so die ich finden will hier alles kaputt die wände und so das möchte gar nicht so clever war gerade wegen der weise wir sollten ja was haben wir hier putz ist okay sicherheitsraum die feine sollten ja jetzt ja gar keine mehr sein die haben wir ja alle mit der weise ausgeschaltet wie man schon an den leichten decken sieht hier nichts da was wir da habe weiß geld oder was ein weg prüppelt handys ok neue bestellung als geschäfte liefen gut gut klar in der polizei gibt es natürlich auch durchaus so korrupte sachen wir haben jetzt bei b bis auf das ist die wo wir gerade sind manchmal wir haben noch nicht alles gehabt haben wir nicht alles gefunden ok aber episode 2 episode 4 6 und 8 müssen wir tatsächlich in episode 2 und episode 4 haben wir tatsächlich noch nicht alles gefunden dort das wird sich toll hier ist auch nochmal episode 2 müssen wir da nochmal irgendwie durch tatsächlich und in der 4 haben wir noch mal was hier haben wir noch ein bisschen was ok ja gut noch mal weiter überhaupt jetzt wohl schon wieder also ein weiterer beweis ja wo muss ja hier irgendwo sein ja da die figur hier sprechende tabu tabu plüschpuppe ich will gar nicht wissen was das ist ok nelskild ist anime sprecher tabu tabu gesprochen aber gut dann haben wir jetzt auf der d nochmal einen gefunden jetzt fehlen uns noch vier teile überhaupt eins hier auf der vier noch zwei äh also die vier stücke insgesamt fehlen uns noch gut dann fehlt uns noch ein beweis oder hier also hier Warte 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 ich muss jetzt gerne mal kurz gucken oder wir laufen weiter weg hier prick aber hier hinter oder was nein der sahen rechts irgendwo horsорон essen dann irgendwo auf der rechten Seite hier drinnen im raum oder hier hinter man geht das ja noch ein raum also können wir müssen mal gucken wahrscheinlich ob das war hier hinter den rauben gehen er hat das links geben sich gemeldet also immer mal hoch erst da ist nämlich noch einer wo aber wo da dieser elmer plaza visitenkarte david ignatius visitenkarte netz hat die typen immer mit ware versorgt also ist jetzt für die hotshot die verantwortlich muss herausfinden wie seine quelle waren aber jetzt ist ja mittlerweile tut so dann haben wir jetzt die glaub ich bc ist das sie ist das aber fertig also müssen ja die ganzen fall akten irgendwie zusammen kriegen gucken das haben wir gefunden hier fehlen wie gesagt noch hier fehlt noch eins und die zwei muss man noch mal durch glaube ich die zwei noch mal durch drei das mache ich aber privat das werde ich dann immer mal vor der vorbereitung vor bereiten und ein bild das war das dann haben kurz eigentlich schon falsch das ist die frage haben wir was passieren okay den kord kann ich doch knacken gut kann man markiert fingerabtritt und so volltreter soll man hier so wie soll das betreffend das jetzt kommt runter wir haben das alter ziel abgeschlossen wir haben also quasi mehr oder weniger also haben wir auf jeden fall erstmal unsere kollegen ein bisschen mit reingeritten gut start ja klar gruppe gibt es natürlich über als musikal ist wo bin ich hier raus hier richtig ja dann gehen wir mal zur guten kai die möchte ja ich sind im container zu wir sind schon so gut wie durch gucke ich hier raus hier ist die was gefunden jetzt haben wir was für die dienstaufsicht rami hat seine kohle irgendwo gehortet stordard sucht sie bestimmt auch sie mal da was zum teufel ist das scheiße die ich nicht verstehen will im internet steht das dome roboto in der palmcourt mall der einzige laden in la ist der diesen mist verkauft da hätte er sein geld nie versteckt nein deshalb habe ich die adresse des lagers besorgt das sehen wir uns in der nächsten folge an und 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 Bis zum nächsten Mal.